Let's play Minecraft Folge 6. Was soll das werden? Fragt ihr euch. Und ihr müsstet jetzt ein bisschen länger drauf warten, bis die neue Folge kommt, aber ich verspreche euch, das Warten lohnt sich. Definitiv, denn ich habe ein wenig in der Pause darüber nachgerübelt, wie ich das Ganze handhaben werde und es wird richtig cool aussehen. Glaubt es mir. Glaubt es mir. Haltet euch fest, schnallt euch an. Das gibt es gar nicht. Das hat es noch nie vorher gegeben. Irgendwo. Noch nie. Also zumindest weiß ich nicht, ob es noch nie irgendwo gegeben hat, aber ich sage es jetzt einfach mal. Vielleicht können sich viele jetzt schon vorstellen, wie es aussehen wird. Ja, ich rede jetzt von dem Aussehen dieses Bogens. Ich hoffe, wir kriegen ihn auch nochmal so hin, weil wir müssen den mindestens noch dreimal bauen. Schauen wir mal. Ähm, das kommt doch nochmal weg. Ja, das hatte ich mir doch nochmal anders überlegt. Hallo? Hallo? Ich dachte schon, das Schwein klettert jetzt da hoch. Gibt es denn sowas? So, äh, genau, der kommt jetzt hier hin. Wunderbar. Ähm, die sind aber schon zu weit, weil wir müssen ja hier noch eine Erhöhung bauen. Genau, so, hoch. Hallo? Ist auch schon zu weit. Nee, das ist richtig. Also bis dahin muss es mindestens gehen. Genau. So. Das wird so super. Das wird so klasse. Ähm. So, jetzt muss ich ganz kurz schauen. Oben kommt auch noch einer rein. Genau. So. Wunderbar. Wunderbar. Toll. Fertig. Das soll's gewesen sein. Nein, natürlich nicht. So, jetzt muss ich kurz in mein Inventar schauen oder in meinem Bauklötzchenkasten, wo ich denn diesen Stein habe. Ähm. Ich glaub, der ist das. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich meine ja. Das sieht jetzt noch total unspektakulär aus, ja. Ja. Aber wartet's mal ab. Vielleicht haben jetzt viele sofort abgeschaltet und gesagt, äh, der Scheiße, der ist ja nicht toll laut. Was hat der denn da gesagt? Mhm. Mhm. Lieber YouTube-Freund, ja. Lieber Abonnent, ja. Lieber Fan, der du mal vielleicht mal gewesen sein solltest. Das sieht jetzt noch nach nichts aus. Ja. Aber wartet's mal ab. Wartet's wirklich mal ab. Das kann nur schön werden. Ich versprich's dir. Nee, nee, nee. Nicht vom Becken reinspringen, du Opfer. So, ähm. Ja. Wow. Ich hätte nie gedacht, dass es so... Und vor allem mit dieser tollen Musik jetzt gerade hier. Wahnsinn. Ist ja unglaublich. Viele mögen mich jetzt vielleicht für Alpode schalten. Ja, wenn ich jetzt sage, mein Gott, das sieht so faszinierend aus. Aber, das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, finde ich persönlich. Also, klein Eigenlob jetzt von mir. Ihr müsst mal drauf warten. Jetzt, wie gesagt, also, es ist noch nicht finished. Ja. Der Effekt kommt erst bei Nacht. Wartet's mal ab. Ja. Ich hoffe, das ist der richtige Stein. Nicht, dass ich jetzt hier zu viel blubbel und zu viel erzähle. Und wir müssen natürlich jetzt hier, ähm, ja, auch nochmal so einen Bogen bauen, damit das Ganze perfekt sitzt. Wo, im Prinzip haben wir ja den Bogen, aber eine Wand müssen wir noch bauen, ne? So eine Wand. Wir müssen jetzt hier erstmal, erstmal machen wir jetzt hier den, den Dings wieder hin. Uäh. Ist das so hoch? Ich glaube schon. Ich glaube, ein weniger. Ähm. So. Das sieht supi aus. Wartet mal ab, wie gesagt, bis es Nacht wird. Dann könnt ihr immer noch, äh, Kommentare schreiben. Immer noch Kommentare schreiben, wie scheiße es da aussieht. Ähm. Ich finde es irgendwie, es sieht irgendwie auch total abgespaced aus. Ehm, wie so eine, wie so eine Raumschiffhalle oder sowas. Naja. Ähm. So. Äh, ja, es könnte, könnte hinkommen mit der Höhe. Ich bin mir nicht sicher. Aber wie schnell wir jetzt auch die, die Stützen bauen von dem Gebäude, ist der Wahnsinn. Vorher da so lange mit rumgefriemelt, rumgepopelt. Und jetzt geht das alles in einem Handgriff. Ähm. Da, 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 da. Ich glaube, hier würde ich so viereckige einfach mal machen. Einfach mal so lassen. So ein T. Ich hoffe, das ist die richtige Höhe. Ich bin mir da nicht ganz, nicht ganz schlüssig. Wenn nicht, können wir ja abreißen. Wir sind ja im Kreativ, im Kreativmodus. Ich finde es auch toll, wenn man so deutsche Worte mit dem Englischen vermisst. Äh, vermisst, genau. Vermischt. Ja, finde ich auch ganz großes Kino. Ähm. Ja, ich glaube aber, das war richtig. Die Höhe stimmt schon mal. Zumindest da. So wie Power. 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 Ey, verdammt cool, Alter. Ist auch so eine deutsche Vermische. Verdammt cool, Alter. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ja. Man, ist das eine tolle Musik gerade. Din, 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 din. Ja, ich sage, er sieht total abgespaced aus, irgendwie. Ja. Ich bin auch überlegen, ob ich nicht einfach hier den Boden einfach so weiterbaue. Oder vielleicht den Boden ganz anders so mit bunten Farben mache. Aber ich glaube, so bunte gibt es, glaube ich, nicht die Leuchten. Ich glaube, da gibt es nur diesen weißen. Aber. Das wird dann auch mein Zimmer hier im Hotel, ja. Also, nicht, dass jetzt die einen sich schon freuen. Oh, das wird mein Zimmer mit dem beleuchteten Boden. Nein, das ist schon für mich reserviert. Ja. Der Big Boss wohnt immer in der Mitte oben. So. Ja, ähm. Das soll uns jetzt nicht daran hindern, dass wir jetzt hier, ja, auch zubauen werden. Uah. So. So, so, so und so bei uns. Lalalalala. Ich kriege wieder rechtliche Probleme. Ne, lass mal. Ähm. Haben wir das denn komplett zugebaut? Ja, ne. Ich glaube schon. So. So. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir haben das so gemacht, ne. Ich bin mir nicht ganz schlüssig mehr. Ich meine aber, ja. Ja. Ne, ne, schon richtig. Genau. Genau so haben wir das gemacht. Wunderbar. Wunderbra. Sehr schön. Huch. Nicht nach oben, nach unten. Bäh. Bäh. Nein, falsch. So, so. So. Ich komme immer wieder auf so. Ich weiß nicht, warum. Bäh. Zack. Ah, herrlich. Wunderbar. Das ist doch mal irgendwie, ne. Das ist doch irgendwie, ne. Das ist richtig schön. Das gefällt mir richtig gut. Und was meint ihr, wenn das noch richtig cool wäre, wenn man jetzt hier Wasser drüber laufen lassen könnte? Von hier oben so Wasser, was hier immer runter fließt, irgendwie in so ein Rinn rein und dann irgendwie wieder nach oben und wieder runter fließt. Das wäre sowas von cool. Ja, vielleicht machen wir es ja. Ich weiß es nicht. Wir müssen ja auf jeden Fall nochmal dasselbe nochmal in grün in dreimal bauen. Aber ich werde hier oben jetzt erstmal ausprobieren mit den anderen, mit den bunten Steinen. Wir haben ja hier diese Smart-Steine und sowas alles. So, welchen Stein brauchen wir denn gerade nicht? Den brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Das sind momentan so die aktuellen Steine, die wir brauchen. Warum die Musik jetzt etwas leiser geworden ist, weiß ich auch nicht. Aber ansonsten haben wir aber auch nichts irgendwie leuchtende Steine, ne. Nicht, dass ich wüsste. Hm. Huch! Eier. Eier, wir brauchen Eier. Ähm. Grün aber blau aber rot fehlt mir noch, wäre noch schön. Aber rot gibt es nur hier den. Ähm. Ich glaube, den werde ich mal mit den Fackeln mal eben tauschen. Äh, ja. Gucken, ob das aussieht. Wow. Wow. Heute witzig, Herr Kapitän. Ich glaube, mit den grünen und blauen Steinen hätte das auch toll ausgesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt dazu passt. Aber jetzt seht ihr schon, ja. Die Sonne geht unter und das Ding ist voll erleuchtet. Super, das hat so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und gleich im Dunkeln sieht man das noch mehr. Ich glaube, diese Steine leuchten hier nicht, so ich mir das vorstelle. So. Ja, kann man so ein bisschen mal so in bunt machen. Obwohl, ich bin schon wieder so ein bisschen mit mir selbst anzweifeln, ob ich das wirklich so lasse. So, dann kommt jetzt da hinten, kommt jetzt grün noch. Ne, Quatsch, blau kommt jetzt, dunkelblaue kommt hier hin, so. Na. Zack, 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 zack. So, wunderbar. Na ja, gut, kann man so lassen. Finde ich persönlich. Also, es ist okay, ja. Sieht doch ein bisschen aus wie Wasser jetzt hier. Aber ihr seht, das sieht schon verdammt geil aus. Also, muss man sagen, ja. Hut ab. Das wird richtig toll. Das wird richtig klasse. Und mit dem Wasser, wie gesagt, kann man sich ja noch, muss man mal überlegen. Also, das wird schon toll. Ich glaube, das wird supi. Ja, gucken wir mal. Ich werde jetzt erstmal hier nochmal so eine Fläche, aber ich hatte sowieso vorher eine Fläche zu bauen. Ähm. Ja. Mau. Das war übrigens meine Katze. Ähm. Genau, ich wollte ja hier etwas eine breitere Fläche bauen. So. So, 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 so. Genau. Ja, vielleicht kann man ja hier dann diese Rinde machen. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Schauen dann mal. Wie das dann, wie das dann da wird. Ähm. Ja, genau. Lassen wir es mal so. Wunderbar. Ähm. Oder beziehungsweise auf der anderen Seite. Hier soll ja nur diese, diese Fläche. Ich weiß noch nicht, wofür die ist. Ich muss mal kurz... Ich weiß nicht. Ich hatte die mal gebaut gehabt. Ich weiß nicht genau, wofür ich die gebaut hatte. Auf jeden Fall hatte ich da irgendwie eine Idee für. So, jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir hier den zweiten Bogen hinbekommen. Und ich weiß nicht mehr, wie ich angefangen hatte. Ich weiß wohl, dass das jetzt hier schon so richtig ist. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier unten ankommen. Ja, das ist unser Endpunkt quasi. Ne, oder? Nein, wir hatten in der Mitte angefangen. So rum hatten wir. Genau. Wir hatten in der Mitte zwei gesetzt. So, so. Und das kann schon nicht funktionieren, weil... Das sieht man nicht danach... Naja, vielleicht wird der Bogen auch etwas kleiner. Müssen wir mal schauen. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Aber ich würde sagen, wir gucken dort mal weiter. Ja, in einer weiteren Folge. Ich weiß nicht, warum das jetzt da so... Wir haben jetzt da... Moment. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Hm. Naja, würde ich sagen, schauen wir uns in einer weiteren Folge an. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bei Let's Play Minecraft, dem Creator-Modus. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Also, macht's gut. Tschüss.